Das, was du hier siehst, ist ein vollständiges Kapitel aus meinem Videotraining. Im Videotraining erkläre ich dir alles zu Luminar, Neo, was du dir vorstellen kannst. Jedes Werkzeug, jeder Klick, kompletter Workflow, Logik in der Bildbearbeitung und noch viel mehr. Über 80 Kapitel gibt es da inzwischen. Und am Ende dieses Videos gibt es noch einen kleinen Hinweis, wo du das Ganze beziehen kannst. In diesem Kapitel nenne ich dir die konkreten 6 Anwendungsfälle, die ich identifiziert habe für das Hochskalieren AI-Werkzeug. Und auch noch zum Abschluss, ganz wichtig, ein Anwendungsfall, den du nicht machen solltest. Los geht's. Erster konkreter Anwendungsfall sind alte Kameras mit unter 15 Megapixel. Vor ein paar Jahren gab es mal 12 und 10 und was weiß ich was, alles für Kameras. Ja, diese Auflösung, die Grundauflösung war nicht berauschend, aber mit Hochskalieren AI kannst du die, der Name verrät's, auf eine moderne Auflösung bringen und hast dann mehr Freude an den Bildern. Mit Kameras meine ich jetzt in dem Sinne alles. Das betrifft dann natürlich nicht nur die Spiegelreflexkameras von früher, sondern auch Drohnen und Actionkameras sowie alte Kompaktkameras. Ebenfalls betroffen, Anwendungsfall 2, sind Kameras mit kleinem Sensor, MFT und kleiner. Die sind aus meiner Sicht eigentlich noch stärker betroffen, aber ja, packe ich mal als eigene Kategorie rein. Ein dritter Anwendungsfall sind alte Smartphone- oder Handyfotos. Ich gehe hier, ich setze hier eine etwas andere Grenze, ich setze die jetzt bei 8 Megapixel und weniger. Warum ich die da setze? Aus meiner Sicht wurde bei modernen Smartphones viel stärker, also es wurde die Hardware verbessert, Auflösung wurde erhöht, aber in der Software werden die Bilder inzwischen auch relativ stark geschärft und das war früher noch nicht so stark. Wenn ich ein modernes, bereits geschärftes Foto hochskaliere, habe ich es leider erlebt, dass es überschärft wird. Probier es aus. Ich habe natürlich nicht jedes Smartphone zur Verfügung. Vielleicht hast du an den Einstellungen deiner Kamera-App schon rumgestellt. Je nachdem, wie du arbeitest, auch mal so als Pauschale, alle Kameras, Smartphone-Kameras mit 8 oder weniger Megapixel, klarer Anwendungsfall. Vierter Anwendungsfall. Du holst dir aus dem Internet hoffentlich legal ein Bild von einer Homepage und dann hast du meistens nur ein oder zwei Megapixel, die du da runterladen kannst und dieses Bild willst du jetzt irgendwo integrieren in ein Fotobuch oder sonstige Anwendungsfälle. Bitte mach es nur legal. Das ist aber ein perfekter Anwendungsfall. Wiederum ein moderner Anwendungsfall ist Punkt Nummer 5, wenn du eine moderne Kamera hast mit 30, 40, 50, wie viele Megapixel auch immer und du jetzt aber eine starke Ausschnittsvergrößerung machen willst oder musst, weil eben dein Bildausschnitt dann besser aussieht oder weil du ein Detail hervorheben willst. Ich sage jetzt mal pauschal, wenn du mehr als 30% von deinen Bildinformationen wegschneidest, dann werden ja ganz schnell die Auflösungen wieder auf ein altes Niveau runter reduziert. Das könnte sehr, sehr toll werden. Ich blende euch jetzt mal ein Beispiel ein, wo ich aus einer Ausschnittsvergrößerung, die Ursprungsaufnahme waren 30 Megapixel, habe dann aber runter reduziert durch Ausschnittsvergrößerung auf 6 Megapixel und habe das dann hochskaliert auf über 120 Megapixel wieder und das ist besser. Das ist gigantisch viel besser. Ich hoffe ihr seht den Vorher-Nachher-Vergleich. Und ich gebe es zu, ich habe weitere Schärfungstools verwendet, um es nochmal zu verstärken, die ich hier auch einblende. Das eine habe ich eher stärker eingesetzt, was ihr hier seht, aber bei den Details habe ich gar nicht so viel mehr gemacht. Aber das bringt richtig viel. Sechster Anwendungsfall, der mir eingefallen ist und der wahrscheinlich jeden auch mal betrifft, sind Ausdrucke aller Art. Ich rede aber ganz gezielt natürlich von eher Wandbildern, also Fotos. Wir reden jetzt nicht von einem 9x13 Abzug in der Größe. Da spielt die Auflösung fast keine Rolle. Aber du willst jetzt was in deinem Büro hängen, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, wohin auch immer. Und dann sind da gerne mal Druckgrößen im 1 Meter, 2 Meter oder vielleicht sogar noch größer Bereich. Da bringt das Werkzeug ebenfalls was. Denn besser du skalierst hoch, als dass du es schlecht aufgelöst ist, zu einem Druckanbieter schickst. Der Druckanbieter muss dann hoch skalieren. Und da kommen immer enttäuschende Ergebnisse raus, weil es wird matschig. Das verspreche ich dir. So, das waren 6 konkrete Anwendungsfälle. Ich habe einen letzten Nicht-Anwendungsfall, von dem ich abrate. Und das sind aktuelle Kamerafotos. Du hast eine Kamera über 15 Megapixel, sage ich jetzt mal pauschal, 16, 18, 20, 24, 30 oder noch mehr. Da gibt es ja ganz viele Varianten. Und du hast den Wunsch, durch das Werkzeug hoch skalieren AI mehr Schärfe aus deinem Foto rauszuholen. Und da würde ich dich an der Stelle bremsen. Da wirst du enttäuscht sein. Wenn du bereits ein gut aufgelöstes Quellfoto hast, da bringt das Schärfungswerkzeug hoch skalieren AI nicht mehr so viel. Also ich habe viele Tests gemacht und ich musste sehr, sehr genau schauen und finde es teilweise esoterisch, was es bringt. Was aber sehr wohl was bringt, ist wenn du nicht hoch skalieren AI machst, sondern die Werkzeuge, die ich dir im Kapitel 3 meines Videotrainings in den Unterkapiteln vorgestellt habe. Da gibt es ja ganz, ganz viele Werkzeuge, die bringen bei einem aktuell hoch aufgelösten Foto mehr. So, vielen Dank, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn dich mehr interessiert zu Luminar Neo, ich habe ein vollumfassendes deutschsprachiges Videotraining aufgezeichnet zu Luminar Neo, das du dir jederzeit besorgen kannst. Das Videotraining kostet einmalig ca. 50 Euro und es gehört dir lebenslang, es ist kein Abo. Und ich erweitere es immer mit neuen Updates von Luminar Neo und erkläre dir alle neuen Funktionen, die auch künftig noch erscheinen werden. Als besonderes Highlight bietet mein Videotraining die Möglichkeit, mir im Videotraining Fragen zu stellen. Und ich habe bisher jedem Teilnehmer eine sinnvolle Antwort geben können, kam ein Dankesbotschaften zurück und ja, so funktioniert es oder das hilft mir sehr. Also nicht nur erkläre ich dir komplett Luminar, sondern helfe dir auch, wenn du bei Spezialthemen mit Luminar Neo feststecken solltest. Und vor wenigen Wochen habe ich auch noch eine neue Funktion freigeschaltet. Das komplette Videotraining, alle Videokapitel sind inzwischen auch offline nutzbar. Das heißt, wenn du mal irgendwo offline bist im Flugzeug oder sonst irgendwo an einem entlegenen Ort und willst da Luminar lernen, es ist möglich die Videokapitel sich herunterzuladen, per USB-Stick oder Festplatte oder sonst wie mitzunehmen. Die kommen als MP4-Format zu dir und das sollte so gut wie jedes Gerät abspielen können.